Einen schönen guten Abend wünschen sich allen, die hier sind. Ich freue mich, dass ich euch und ihr euch begrüßen kann in diesem wunderbaren Festsaal im Rathaus, um in der Lage zu sein, eigentlich ein wichtiges antikoloniales Zeichen in dieser Stadt zu setzen. Und dafür bin ich so froh, dass wir das hier zusammen machen können. Mein Name ist Norbert Hackbusch, ich bin Mitglied der Linksfraktion in der Bürgerschaft, zuständig für Hafen und für Kultur und dementsprechend für mich die beste Begründung, den heutigen Abend hier gut genießen zu können, weil wir ja genau zu dieser Schnittpunkte hier etwas machen wollen. Ich freue mich, euch hier im Festsaal begrüßen zu können, auch wenn wir eigentlich den Kaisersaal angekündigt haben, dass dort die Veranstaltung sein wird. Das ist dort nebenan. Das ist aber eben etwas kleiner. Wir sind begeistert davon, dass so viele Menschen gekommen sind, über 300 hier alleine sich angemeldet. Ich sehe, dass es jetzt schon sogar mehr geworden sind und dementsprechend wir die erste umfassende Veröffentlichung der Forschungsstelle Postkoloniales Erbe und die Globalisierung im Kaisersaal hier präsentieren zu können. Das freut mich besonders. Und der große Zuspruch ist ja auch ein schönes Zeichen, hier im Festsaal das zu machen. Und ich bin mir sicher, dass die Freunde des Kaisers sich trotzdem ärgern, dass wir das hier machen können. Und das freut mich auch besonders. Wir werden den Abend von zwei Schriftdolmetscherinnen begleiten lassen, Susanne Tiedemann und Annette Krüger. Die werden uns das hier darstellen. Und ich freue mich, dass wir eben auch in der Lage sind, diese bessere Teilhabe, die viel häufiger in dieser Stadt stattfinden sollte, hier euch anbieten und präsentieren zu können. Applaus Ich fange eben ein für eine neue Gruppe, die gerne alle Hamburgerinnen einladen wollen, an der Dekolonialisierung der Stadt mitzuarbeiten, sich gerne dort eintragen und eine neue aktive Gruppe eben auch dort zu bilden, die dort einiges unternehmen wird in der nächsten Zeit. Ich glaube, für uns alle ist völlig klar, die Bedeutung dieses Themas für Hamburg, und zwar liegt es in gewisser Weise ja auf der Hand, der Reichtum dieser Stadt ist nur zu verstehen und nur resultiert aus der kolonialen Geschichte. Und deswegen alleine ist es schon so bedeutend, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen bin ich froh, dass Jürgen Zimmerer heute hier ist. Aber ich will auch ein zweites Moment sagen. Die zweite wichtige Begründung hat der Schriftsteller Uwe Tim, finde ich, sehr gut aufgeschrieben. Er hat gesagt, im öffentlichen Bewusstsein ist die deutsche koloniale Vergangenheit heute, wenn überhaupt noch immer in der Weise präsent wie vor 1945, als Legende vom tüchtigen Deutschen, der in Afrika Straßen und Eisenbahnen gebaut und den Schwarzen das Einmaleins beigebracht hat. Dieses Bewusstsein ist immer noch dagegen. Dieses Bewusstsein, was auch eine wichtige Grundlage für Rassismus in dieser Gesellschaft ist, ist immer noch etwas da. Und dagegen müssen wir agieren. Und auch dafür ist es wichtig, eben an der historischen Aufarbeitung zu sitzen. Ich möchte aber auch betonen, dass natürlich die ersten und wichtigen Aufklärungsarbeiten von zivilgesellschaftlichen Akteuren und freien Historikern geleistet worden ist. Besonders herausheben will ich dabei Heiko Möhle, der leider viel zu früh verstorben ist, und den Arbeitskreis Postkolonial, der uns in den letzten Jahren viel begleitet hat, und vor allen Dingen Hanni Jokinen, die ja auch viele wichtige Akzente gesetzt hat, aber eben auch viele, viele andere Aktionen. Ohne die wäre das, was wir gegenwärtig hier auch haben, an Forschungsstelle heutzutage gar nicht denkbar. Nämlich erst im Juli 2014 gab es eine Senatsdrucksache zum Thema Aufarbeitung des kolonialen Erbes und damit auch die Geburtsstunde der Forschungsstelle, deren Arbeit wir heute hier vorstellen können. Und das war natürlich ein wichtiger, aber auch unzureichender Schritt. Ich will nur ein Beispiel dafür nennen, warum es unzureichend ist. Und dafür gucken wir uns in die HafenCity und gucken uns dort mal hin. Die wichtigen Plätze in der HafenCity sind allen nach blutigen Eroberern benannt worden. Ameriko Vespucci, Vasco da Gama, Magellan und Marco Polo. Und das noch im 21. Jahrhundert. Warum wurde nicht in der Tradition der Hamburger Verfassung, dass Hamburg im Geiste des Friedens eine mittlere zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt zu sein habe, zum Beispiel Rudolf Manga Mabell, ein Widerstandskämpfer aus Kamerun, Henrik Wittboy, ein Nama oder Mahara Rero, ein wichtiger Kämpfer, auch von den Hereros, praktisch hier geehrt worden, wo wir gezeigt hätten, dass diese Stadt verstanden hat, was ihre Geschichte und ihre Ursprünge und auch die koloniale Erinnerung ist. Bei aller Freude über die Forschungsstelle stellen wir fest, dass die realen Fortschritte in der Aufarbeitung bisher gering sind. Straßenumbenennungen hat es kaum gegeben. Das Bismarck-Denkmal wurde im alten Glanz, so wie es damals zur Bismarck-Verehrung eben auch aufgebaut worden ist, wurde in dem Glanz wieder aufgebaut. Und dass es erst unter kräftigen Protest möglich war, dass es eine kritische Begleitung gibt, die immer noch nicht richtig begonnen hat. Aber das ist alles zivilgesellschaftliche Aktionen, die notwendig sind, dass überhaupt solche Sachen in Gange kommt. Und auch die Forschungsstelle ist erst auf den letzten Metern in den Haushaltsberatungen am Ende letzten Jahres wieder für zwei Jahre verlängert worden. Auch eine viel zu geringe Möglichkeit, eigentlich diese Sache aufzuarbeiten. Von daher ist mir das besonders wichtig, heute dieses Thema praktisch präsentieren zu können. Es ist einfach angesichts der gegenwärtigen politischen Situation, wo nationalistische Positionen immer vordrängender wird. Aber wir ja wissen, dass die Krisen dieser Welt, die Klimakrise oder die soziale Krise oder auch die Blockauseinandersetzung, die wir gegenwärtig haben, nur durch eine internationale Sichtweise gelöst werden kann und nicht in Nationalismen zurückgefallen werden kann. Von daher ist diese Aufarbeitung uns ein sehr wichtiges politisches Zeichen, was wir als Linke hier auch wirklich setzen wollen und setzen können in der nächsten Zeit. Ich freue mich, heute meine beiden wichtigen Gäste hier präsentieren zu können. Das ist auf der einen Seite Mina Vasari. Sie studiert Geschichtswissenschaft in Hamburg an der Universität und ist, wie sie sagt, antikoloniale Aktivistin, was mich sehr freut. Und dementsprechend auch wichtig ist, eben nicht nur zu forschen, sondern auch etwas zu tun. Und Professor Jürgen Zimmerer, der Leiter der Forschungsstelle, eine für mich sehr verlässliche, kräftige Stimme in der Auseinandersetzung um die kolonialen Vergangenheit. Er wird das Buch Hamburg, Tor zur kolonialen Welt zum ersten Mal in Hamburg im Rathaus präsentieren, obwohl dieses Buch ja schon einige Monate auf dem Markt ist. Auch das ein Zeichen, dass dieser Senat das Thema noch nicht richtig verstanden hat. Soweit viel Spaß bei der Diskussion. Hört man mich? Ja. Mir wurde aufgetragen, einige organisatorische Anmerkungen zu machen, bevor wir zum inhaltlichen Teil übergehen. Erstens, wir haben einen Büchertisch eingerichtet. Das heißt, wir bieten dieses Buch, über das wir heute sprechen werden, auch zum Verkauf an. Der Büchertisch befindet sich von mir aus gesehen diagonal auf der Seite. Zweitens muss ich Sie alle darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltung heute aufzeichnen. Es gibt einen Livestream und die Aufzeichnung wird nachher digital abrufbar sein. Wir wollen außerdem das ein oder andere Foto machen und für die Fraktionsseite verwenden. Wer also nicht mitfotografiert werden will, den bitte ich jetzt um ein Handzeichen. Alles klar, das nehmen wir so zur Kenntnis. Und drittens müssen wir die Veranstaltung um spätestens Viertel von einem abschließen, sonst muss das Servicepersonal unseretwegen Überstunden machen. Und das wollen wir natürlich auf alle Fälle verhindern. Das heißt, es ist bestimmt wichtig zu wissen für die Publikumsrunde später, dass wir um 21.45 Uhr spätestens hier raus müssen. An dieser Stelle vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen von der Technik und alle anderen Kolleginnen, die uns mit Verpflegung ausgestattet haben und dergleichen. Auch ohne diese Leute wäre die Veranstaltung heute ja gar nicht möglich. Ja, dann will ich einmal in aller Kürze das Programm für heute Abend vorstellen. Und zwar dieser Sammelband, um den es heute gehen soll, Hamburg, Tor zur kolonialen Welt, Erinnerungsorte der postkolonialen Globalisierung, ist, Herr Zimmerer, ich richte mich an Sie, ist in sieben Abschnitte unterteilt, in fünf inhaltliche Abschnitte. Das sind Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Forschung, dann Kunst, Kultur und Gesellschaft. Da nennt sich ein Abschnitt die Welt in Hamburg, Hamburg in der Welt und ein Abschnitt widmet sich den Denkmälern. Und wir werden jeden Abschnitt einmal zumindest andiskutieren und dann wird es am Ende eine Fragerunde mit Publikumsfragen geben, für die wir auf jeden Fall auch reichlich Zeit eingeplant haben. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Herr Zimmerer, die Forschungsstelle, die Sie leiten, nennt sich Hamburgs postkoloniales Erbe, Schrägstrich Hamburg und die frühe Globalisierung. Das heißt, man nimmt bereits im Titel explizit Bezug auf den Begriff der Globalisierung. Und die Globalisierung ist jetzt nicht erst seit gestern in aller Munde, deswegen denke ich, ist es sinnvoll, einmal innezuhalten und sich zu fragen, was wird heute überhaupt unter dem Schlagwort der Globalisierung verhandelt. Und ich kann da aus meiner eigenen Studienerfahrung in den Sozial- und Kulturwissenschaften davon berichten, wie gerne man von globalen Austauschbeziehungen spricht, von globalem Zusammenwachsen oder man spricht ganz vage von globalen Verflechtungen. Und dieser abstrakt geschichtslose und häufig auch vor Optimismus nur so strotzende Globalisierungsbegriff eignet sich so wunderbar dazu, eine sehr unangenehme Auseinandersetzung zu vermeiden, nämlich die Auseinandersetzung um die ökonomischen Abhängigkeitsverhältnisse, die diesem globalen Zusammenhang ja zugrunde liegen. Schließlich ist der Charakter der heutigen Globalität ein zutiefst asymmetrischer, ungerechter. Und dieses sogenannte globale Zusammenwachsen hat im Rahmen unter Bedingungen des bürgerlich-kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems stattgefunden. Das ist eine Bedingung, die man nicht mal eben so zur Randbemerkung der Geschichte erklären kann. Und Sie, Herr Zimmerer, gehören jetzt zu den kritischen Stimmen, die schon seit Jahren betonen, dass Globalisierung eben kein geschichtsloses Phänomen ist, dass sie nicht im luftleeren Raum stattgefunden hat und dass das heutige Weltsystem ein Produkt dieser frühen Globalisierung ist. Und sie versuchen, die historische Forschung hier als kritisches Interventionsmoment zu nutzen, was ja alles andere als selbstverständlich ist. Nun ist gesellschaftlicher Fortschritt ja leider kein linearer Prozess. Und obwohl sie schon so lange kritisch-historisch intervenieren, müssen sie, also meinem Eindruck nach, immer wieder bei Null anfangen und müssen Diskussionen führen, die fast schon antiquarisch anmuten. Zum Beispiel, wenn sie auf Beiträge reagieren, die die vermeintlich positiven Seiten des Kolonialismus hervorheben wollen. Und solche Debattenbeiträge gibt es ja bis heute. Oder da gibt es bis heute nicht wenige Stimmen, die die kolonialen Verflechtungen Deutschlands für unbedeutend erklären, da angeblich kurz und schmerzlos. Wie geht es Ihnen damit, dass Sie bestimmte Debatten schon seit Jahren in Dauerschleife führen? Ja, guten Abend. Hören Sie mich? Dann habe ich zumindest das erste Hürde genommen und konnte das Mikro einschalten. Ja, wie geht es mir damit, dass man, naja, gegen Windmühlen kämpft? Und ich würde mal sagen, es ist, oder ich fange mal so an. Ich persönlich bin der Meinung, dass dieses Problem, das wir diskutieren, nämlich Kolonialismus, Postkolonialismus, eigentlich mit das Zentralproblem unserer Gesellschaft heute ist, auf vielen Ebenen, auf der ökonomischen Ebene, auf der identitätspolitischen Ebene, auf nationaler Ebene, nationale Identitäten, globale Identitäten. Und von daher ist es eigentlich auch nicht überraschend, dass man nicht mit der ersten Wortmeldung alle überzeugt. Und es ist auch nicht überraschend, würde ich sagen, dass sich Widerstand formiert. Und nachdem, ich mache das jetzt seit 35 Jahren, 30 Jahren und 15 Jahre hat es überhaupt niemanden interessiert, dann fing es irgendwie an, dass man das Gefühl hatte, jetzt gibt es eine gewisse Entwicklung, eine Offenheit. Und jetzt würde ich sagen, seit zwei, drei Jahren formiert sich der Widerstand dagegen. Und es zeigt ja trotzdem, dass man was bewegt, weil sonst gäbe es ja auch keinen Widerstand. Und dass es Widerstand gibt, es ist übrigens auch ein internationales Phänomen, ist jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, heißt ja, dass man allmählich vordringt in dieses Kern der Debatte. Von daher wiederhole ich das gern noch 20 Jahre lang, wenn das notwendig ist. Und weil Sie das mit der Globalisierung angesprochen haben und auch mit dem Titel der Forschungsstelle, das ist etwas, was mich immer gestört hat, dass Globalisierung diskutiert wird als ein gegenwärtiges Phänomen, 30 Jahre oder mit der Erfindung des Containers. Und im Hafenmuseum muss man Container und dann ist alles gut. Und als Historiker, als Historiker der europäischen Expansion, wie immer man es nennen will, habe ich das immer nicht verstanden, warum man denkt, die Globalisierung sei etwas Neues und denke jetzt eigentlich, dass auch diese Begrifflichkeit, Kolonialismus, europäische Expansion, weniger zielführend sind, wie der der kolonialen Globalisierung. Es gibt eine koloniale Globalisierung, die beginnt meiner Meinung nach im 15. Jahrhundert, da kann man lange darüber diskutieren, mit der ersten Weltumrundung im 16. Jahrhundert beginnt sie auf jeden Fall, weil der Globus ab da als Globus erfahrbar ist. Und ich glaube, das erlaubt uns nämlich die Phase, die wir jetzt haben, um das geht es ja, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, geht es ja immer auch um die Gegenwart. Meiner Meinung nach geht es auch sehr viel um die Zukunft, weil wir die fassen können, weil wir sind jetzt als Welt im Übergang von der kolonialen zur postkolonialen Globalisierung. Das war jetzt ganz eindeutig, hätten wir uns vor einem Jahr getroffen, gar kein Problem, jetzt mit dem Ukraine-Krieg und allen möglichen Entwicklungen muss man jetzt wieder neu nachdenken, was das bedeutet, aber im Grunde sind wir in diesem Übergang. Und ich glaube, die Globalisierung ist ein Begriff, der das wertneutral beschreibt. Und er wurde eben oft verwendet als positiv. Und was mich dann störte, ist eine sehr eurozentrische Perspektive, ob man jetzt die, also mit Covid kam das, ob man jetzt die Globalisierung beenden würde. So als würde irgendjemand auf der Welt uns Europäerinnen fragen, ob wir Globalisierung wollen oder nicht. Das zeigt eigentlich, dass man mental noch im 19. Jahrhundert stecken geblieben ist und noch gar nicht kapiert hat, dass Europa schon lange dezentriert und provinzialisiert ist und wir uns in diesen neuen Begebenheiten eben eingewöhnen müssen. Aber das zeigt wiederum, dass diese Debatten halt zentral sind und deshalb muss man sie immer wieder führen und man muss die Bretter bohren. Ja, und zum Glück gibt es Leute wie Sie, die diese Debatten also auch schon seit Jahrzehnten führen. Dann widmen wir uns einfach dem Konkreten und schauen wir uns das Buch an. Ich hatte ja schon gesagt, der erste Abschnitt, das ist Wirtschaft und Politik. Und es passt hervorragend, dass wir im Rathaus sitzen. Das Rathaus ist nämlich seit 1906 architektonisch mit der Handelskammer verbunden. Und in dieser physisch-baulichen Verbindung manifestiert sich doch auch ein gesellschaftliches Verhältnis. Und zwar ist ja eine zentrale Erkenntnis aus diesem Buch, dass die kolonialen und die imperialen Interessen des Hamburger Kaufmannskapitals die politische Agenda dieser Stadt ganz entscheidend geformt haben, aber auch in der Agenda des Deutschen Reiches Berücksichtigung fanden. Das heißt, auf der Sachebene lässt sich eine ganz tiefgreifende Verzahnung von Ökonomie und Politik feststellen. Herr Zimmerer, was gibt es für konkrete Beispiele für das enge Verhältnis zwischen realpolitischer Macht und kolonialen Unternehmerinteressen in Hamburg? Ja, also das vielleicht sollte ich etwas vorausschicken. Ich präsentiere hier die Forschungsstelle, ich präsentiere hier den Band, aber ich bin nicht die Forschungsstelle, das reduziert sich nicht auf mich. Ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die mitarbeiten und dieses Buch hat über 30 Autoren und Autorinnen, die alle mitgeschrieben haben und ich habe jetzt den Vorteil, dass ich deren Forschungsergebnisse präsentiere und klug daherreden kann. Mir ist es wichtig zu sagen, ich fasse das zusammen. Ich bin eigentlich nur das Sprachrohr für die Forschungen vieler sehr engagierter Kolleginnen und Kollegen und schauen Sie sich ruhig das Inhaltsverzeichnis einfach mal an, um auch zu sagen, wer da alles mitgearbeitet hat, weil ich komme jetzt gleich zu so einem Ergebnis, nämlich Handelskammer, Wörmann, Wirtschaft. Meine Forschung ist ganz zentral von meinem Mitherausgeber Kim Totsi, der jetzt hier irgendwo im Saal sitzt. Ich sehe leider, man sieht überhaupt eigentlich nichts wegen der Scheinwerfer und dann herausgearbeitet hat, dass tatsächlich die Entscheidung des Deutschen Reiches zur Kolonialmacht zu werden, nicht unwesentlich von Hamburg, von der Handelskammer aus gesteuert wurde. Und übrigens haben wir dieses Jahr ein schönes erstes Jubiläum. Das ist nämlich im Juli, wenn es genau 140 Jahre, dieser Denkschrift. Und ich bin gespannt, was hier an Gedenkarbeit eben gemacht wird, weil die Handelskammer jetzt wieder sehr zögerlich ist, was die Aufarbeitung der eigenen Geschichte angeht. Und natürlich ist Kolonialismus zum großen Teil Wirtschaft um wirtschaftliche Interessen. Deshalb geht man als Europäerin eigentlich als Macht zunächst mal in die Welt, weil man Rohstoffe will, weil man Siedlungsland will, weil man Absatzmärkte will. Das heißt, es ist die wirtschaftliche Dimension, dass da die Handelskammer wiederum mit dem Rathaus und mit der Politik zusammenhängt, ist das im Grunde ein Netz, das hier Bismarck, der ja auch vor den Toren der Stadt im Grunde residierte, dazu brachte, Deutschland zum Kolonialmacht zu machen. Und zwar, weil Hamburger Familien, Reedereien, Kaufmannsfamilien ganz konkrete ökonomische Interessen hatten. Also das lässt sich eigentlich gar nicht leugnen und es ist ganz handfest. Zweitens, das sagte Norbert Hackbusch in seiner Einführung ja schon, er sagte, als er hier kam, ich glaube, da sind jetzt keine kolonialen Spuren hier oder nicht viele und ich sagte, das Ganze ist eine koloniale Spur. Das Ganze ist ein kolonialer Erinnerungsort, weil einfach, follow the money, schau dir doch das Geld an, wo wird es verdient, mit was wird es verdient, wie wird es investiert und dann kommen wir allmählich in dieses Zentrum dieser Aufarbeitung. Aber das ist ganz evident, dass hier Hamburg und die Wirtschaft hier eine zentrale Rolle spielt und sich dann eben das Bürgertum dann eben auch, also diese wirtschaftlichen Interessen führt dann dazu, das wissen Sie ja alle, im Grunde statt einer Universität eben zuerst ein Kolonialinstitut gegründet wird. Interessanterweise haben wir dieses Jahr hier auch ein Jubiläum, da sind es nämlich 115 Jahre Kolonialinstitut. Bin ja auch gespannt, was an Gedenkfeierlichkeiten stattfinden wird. Aber dass dann das Kolonialinstitut da ist, weil man die Kaufleute zwar nicht überzeugen konnte, dass man eine Universität braucht für Bildung, also Geisteswissenschaften und so ein Quark, sondern handfest zur Ausbildung von Kaufleuten im sogenannten Überseehandel. Das konnte man eben überzeugen und auch da ist es da. Dann gibt es natürlich die Museen der Stadt vom Völkerkundemuseum, Museum für Kunst und Gewerbe etc., die es gibt, weil hier Geld ist, weil Geld, das irgendwo in Südafrika, in Afrika verdient wird, hier dann wieder zu Stiftungen führt, also zu, dass das Geld übergeben wird, womit wieder Kunstwerke angekauft werden können, sodass sich hier eigentlich ein Netz auftut, dass ich der Meinung bin, dass dieser Kolonialismus ist eigentlich die DNA dieser Stadt. das ist überall und das kann man eigentlich auch gar nicht jetzt rausfiltern und in einzelne Portionen, das ist kolonial und das ist nichts, sondern das geht in der Zeit eigentlich ineinander über, weil Hamburg den Reichtum und die Position, die es hatte, gar nicht gehabt hätte, ohne diesen Überseehandel. Ich will nur zwei Punkte herausgreifen, die Sie gerade ansprachen. Zum einen fiel der Name Würrmann und den halte ich für unglaublich zentral und es ist ja wunderschön herausgearbeitet in diesem Buch und unter anderem in dem Aussatz von Kim-Sebastian Totzi, wie also die Kaufleute hier in Hamburg ja auch lange bevor das formale Kolonialreich gegründet wurde, ihre Finger überall in den Kapitalinvestitionen, in den Kolonien anderer Kolonialmächte mit drin hatten. Das heißt, man hat, Sebastian Totzi formuliert es so, er sagt, man hat hier in Hamburg den Kolonialismus als europäisches Projekt verstanden. Das finde ich eine sehr prägnante Aussage, weil sie also zum Ausdruck bringt, wie Hamburg profitiert hat vom Kolonialismus, bevor es den deutschen Kolonialismus als formales Faktum ja gab. Und können Sie vielleicht auf den Namen Würrmann in diesem Zusammenhang etwas genauer eingehen, denn Würrmann war ja einer, der ganz immens auch schon vor 1884 profitiert hat. Ja, also das ist jetzt, was Sie ansprechen, ist ganz wichtig. Also die Tatsache zu sagen, der deutsche Kolonialismus oder die Verbindung zwischen Deutschen und Kolonialismus beschränke sich auf die Zeit von 1884 bis 1919 als formal ein Kolonialreich, ein deutsches Bestand, ist eigentlich ein apologetisches Argument zu sagen, das war ja so kurz. Weil wenn man sich es eigentlich anschaut, globalgeschichtlich sind Menschen, die aus Regionen stammen, die wir heute zu Deutschland zählen, das ist ja alles auch schwierig, was ist Deutsch im 15., 16., 17. Jahrhundert. Aber wenn man jetzt mal sagt, wenn man gemeinhin als Deutsch verstehen würde, aus diesen Regionen, die sind von Anfang an in diesem kolonialen Unternehmung eigentlich involviert. Und da fangen wir eben erst an, das im Grunde zu erforschen, weil wir uns so lange, also so lange haben wir es zuerst komplett ignoriert und dann haben wir uns auf das formale Kolonialreich beschränkt. Das endet ja auch nicht 1919. Also man muss sich ja vorstellen, das ist ja auch der Titel Tor zur Welt, Tor zur kolonialen Welt, diese Selbstbeschreibung Hamburgs, es sei das Tor zur Welt, diese Welt ist zwischen 1500 und 1960 ungefähr, ist eine koloniale Welt. Wenn Sie handeln, handeln Sie entweder mit Kolonien, mit Kolonialmächten, mit gerade unabhängig gewordenen Staaten, postkolonialen Staaten, Sie handeln mit kolonialen Gütern, vielleicht sogar mit Menschen, Stichwort transatlantischer Sklavenhandel, aber Sie können gar keinen Welthandel machen, der nicht kolonial ist. Das ist alles kolonial und das im Grunde muss man einschließen. Ich glaube, Würmern, da müssen wir jetzt wirklich, der Herr Totsi hier oben sitzen, der übrigens seine große Studie ersteint im Frühjahr zu Würmern, da können Sie alles auf 600 Seiten nachlesen, was ich jetzt kurz in meiner Leihensicht zusammenfasse. Würmern ist zentral, aber bei Weitem nicht der Einzige. Die Familie Würmern hat insofern, ist deshalb immer im Blickpunkt, weil es sie bis heute noch gibt, weil sie noch zu fassen ist und das Afrika-Haus etc. Auch andere Rollen, auf die wir vielleicht heute noch kommen, den Genozid an den Herero-Nama, aber Sie können auch gute Freude nehmen, Sie können die ganzen Kaufleute nehmen, die quasi im 19. Jahrhundert in der Südsee agierten, die bitten alle im Grunde dieses Netz an Kaufleuten, die diesen Kolonialismus fördern und die einen ökonomischen Kolonialismus wollen, ob die alle formale Kolonialherrschaft wollen, da kann man ja streiten, aber dass sie eine Förderung wollen, des ökonomischen Kolonialismus, ist eigentlich klar und da gibt es eben viele Kaufleute, viele Firmen gibt es nicht mehr, Wörmann gibt es noch, es ist so ähnlich wie Hagenbeck, die auch bis heute eben als Familie existieren, man muss jetzt fairerweise auch sagen, dass die Familie Wörmann oder Wörmann zumindest unsere Forschungen nicht behindert, wie es Hagenbeck macht, sondern die Archive dann zumindest zum Teil öffnet, um dort Forschungen zu erlauben, währenddessen bei Hagenbeck kommt man ja gar nicht rein. Ich würde unglaublich gerne weiter über die wirtschaftsgeschichtlichen Grundlagen sprechen, aber wir müssen leider weiterziehen, sonst werde ich glaube ich gar nicht fertig mit meinen Fragen heute. Wir machen einen mentalen Sprung an einen ganz anderen geografischen Ort, nämlich schauen wir uns jetzt die Universität an und der Namensgeber des Hauptcampus, das ist Werner von Melle, war ab 1900, heute würde man sagen Wissenschaftssenator und hatte Interesse an einer eigenen Universität für die schon bedeutende Kolonialmetropole Hamburg und hat sich um die Finanzierung einer solchen Universität gekümmert, beziehungsweise um die Finanzierung der Vorläuferinstitutionen und das Geld, das von Melle über diverse Schenkungen zusammengesammelt hat, wurde damals schon von der sozialdemokratischen Presse als anrühchig, als schmutzig bezeichnet. Herr Zimmerer plakativ gefragt, auf welchen schmutzigen kolonialen Fundamenten baute denn die Universitätsgründung auf? Ja, also in der Tat ist eigentlich die Gründungsgeschichte also sehr, sehr spannend, weil es eigentlich auch zeigt, wie diese globale Vernetzung eigentlich funktioniert, weil der von Melle möchte gerne eine Universität, aber hat kein Geld, die Kaufleute sind eigentlich nicht bereit, das Geld zu geben für eine Universität und dann wird eine wissenschaftliche Stiftung gegründet, das ist von Melles Idee, weil er und es könnte auch eine Netflix-Serie werden, weil er jemanden kennt und wenn man jetzt von Hamburg weg geht nach Südafrika dann sind wir in der Zeit von Cecil Rhodes der ist ja sozusagen der Erz Imperialist den kennen die meisten wahrscheinlich Cape to Cairo also diese Figur die in Südafrika steht in der Kappkolonie und in Kairo diese Eisenbahn also britischer Imperialist der als Premierminister der Cape Kolonie also zuerst im Diamantenhandel reich wurde und dann im Grunde den Ersten und dann den Zweiten Buerkrieg mit verursacht in dem dann wegen der Goldvorkommen im Grunde dann der Südafrikanische Krieg ausbricht was dann zur Gründung des modernen Südafrika führt und bis zur Apartheid im Grunde dieser Cecil Rhodes hat einen engen Mitarbeiter namens Alfred Beid und dieser Alfred Beid ist ein Kaufmannssohn aus Hamburg der eben zuerst nach Holland geht um das Diamantenbusiness zu lernen dann nach Südafrika und eben auch unglaublich reich wird heute würde man sagen das ist ein Oligarch das waren Oligarchen die eben über diesen Rohstoffhandel sehr reich wurden dieser Beid ist ein Schulkamerad von Von Melle und Von Melle denkt ja der hat so viel Geld der kann ja 10 Millionen spenden für die wissenschaftliche Stiftung das macht Beid dann nicht also superreiche Leute werden superreich weil sie meistens nicht alles Geld hergeben für gute oder weniger gute Zwecke aber er gibt knapp zwei Millionen und das ist quasi mehr als die Hälfte des Stiftungsvermögens dieser wissenschaftliche Stiftung weil Beid so viel Geld gibt gibt dann auch Wörmann geben andere Familien eben Geld und so wird die wissenschaftliche Stiftung die es bis heute gibt im Grunde finanziell ausgestattet so dass sie dann im Kolonialinstitut da eben also teilweise Lehrstühle finanzieren kann und diesen Anschub für die Universität geben kann sie finanzieren auch eine große Südsee Expedition für das Völkerkundemuseum das heutige Mark in der dann im Grunde der Auftrag ist bestimmte Regionen leer zu sammeln so dass nur Hamburg eben Objekte hat und teilweise glaube ich sind die Kisten bis heute nicht ausgepackt was hier alles 1907 nach Hamburg gebracht wurde und dieser Beid finanziert das und wenn man sich das anschaut dann kommt man eben zu dem dass man sagt man muss sich das Geld anschauen also die wissenschaftliche Stiftung ist an sich nicht per se kolonial aber die Gelder die hier gemacht werden sind natürlich heute würde man sagen das Blutgeld das ist Geld das mit Ausbeutung Geld das mit Krieg Geld das unter unglaublichsten Bedingungen in dieser imperialen Welt einfach verdient wurde Sie haben so vollumfänglich geantwortet dass Sie mir auch meine Anschlussfragen schon vorweggenommen haben deswegen gehen wir direkt zum nächsten Abschnitt über das wäre dann Kunstkultur und Gesellschaft und jetzt befinden wir uns räumlich am Hafen und der Bezug auf den Hafen ist ja hier in Hamburg ohnehin allgegenwärtig auch im Sammelband kommt kein Aufsatz um hin den Hafen zumindest einmal zu erwähnen das heißt die Bedeutung des Hafens für die hamburgische Kolonialgeschichte kann gar nicht überschätzt werden auf der also da ist aber so eine Diskrepanz weil auf der materiellen Ebene sich im Hafen verdichtet die koloniale Infrastruktur die die ökonomische Ausbeutung der kolonisierten Welt erst ermöglichte und gleichzeitig ist der Hafen ein konstitutives Element des kulturellen Selbstverständnisses dieser Stadt und die Erzählung der angeblichen kulturellen Weltoffenheit wird ja primär über den Hafen und das Hanseatentum konstruiert mit Blick auf das koloniale Erbe der Stadt wie viel ist denn an der Erzählung der weltoffenen Hafenstadt dran oder ist das schiere Geschichtsvergessenheit Ja das sind die Fragen die sind also es haben ja alle im Saal gemerkt dass ich kein gebürtiger Hamburger bin deshalb ich schaue auf ein Phänomen wie Hafen sowieso immer mit großen Augen und sehr fasziniert dass es sowas gibt und ich zögere jetzt zu sagen das ist nur das eine oder das andere sondern es ist beides dass das Selbstmarketing der Stadt etwas einseitig drauf blickt hatte ich ja schon mit Tor zur Welt das ist ja so ähnlich eigentlich darauf hingewiesen der Hafen macht Hamburg zu der zentralen Kolonialmetropole in Deutschland weil alles eigentlich alles über den Hafen läuft alles Bezug zum Hafen hat der Hafen macht aber Hamburg auch zu einer zu einer liberalen Stadt insofern dass über den Hafen Menschen nach Hamburg kommen also das chinesische Viertel andere Viertel ist ja auch im Buch drin die sonst wahrscheinlich nicht in eine normale Nicht-Hafenstadt in deutschen Landen gekommen wären und das macht auch was mit der Stadt und die Aufgabe einer modernen Forschung ist eben beides zu berücksichtigen und nicht zu sagen das ist jetzt nur das Liberale weil diejenigen Kreise die sich die Liberalität selbst auf die Fahnen geschrieben haben vielleicht gar nicht unbedingt die liberalen Elemente der Stadt waren wenn man sie wenn man sie so betrachtet sondern das ist dann eher eben diese Viertel wo sehr früh auch Menschen aus Afrika hier waren sich sehr früh organisierten Selbstorganisation in den 20er und 30er Jahren in Hamburg stattfindet was eben auch dazu gehört also ich finde den Hafen super spannend weil Norbert Hackbusch auch gesagt hat was nicht erreicht wurde auch seit 2014 also es ist ja erstaunlich dass die Denkschrift zum kolonialen Erbe und der Antrag die Speicherstadt zum Weltkulturerbe zu machen in etwa zeitgleich gestellt wurden und offenbar übersehen wurde dass vielleicht ein leichter Zusammenhang besteht warum es eine Speicherstadt in Hamburg gibt und was dort eigentlich gespeichert ist und dass wir quasi so separate Schubladen haben in denen wir über diese Probleme nachdenken also Hackbusch sagte das mit Amerikowest Butschi Platz und diesen ganzen Sachen wo man ja auch sagt ja wie kann das sein wie kann man auf der einen Seite Avantgarde sein Forschungsstelle man kündigt ein Erinnerungskonzept an und auf der anderen Seite macht man Plätze wie wenn Bismarck die noch selber eingeweiht hätte also das ist das Erstaunliche was nebeneinander einfach läuft und was man verknüpfen muss ja sie sagten ja schon es gab auch es gab zum Beispiel schwarze Selbstorganisierung in Hamburg also wer sich mal mit dem Pan-Afrikanismus befasst hat speziell mit dem kommunistischen Pan-Afrikanismus der weiß ja dass George Patmore in Hamburg gewesen ist und hier also kommunistische Organisierung der schwarzen Diaspora stattgefunden hat in den 20er und 30er Jahren nicht lange die dann ja auch ein jes Ende genommen hat mit dem Übergriff der Faschisten und gleichzeitig wird ja aber auch in diesem Sammelband aufgearbeitet dass dieser internationale Flair mit dem sich die Stadt heute schmückt nicht viel mit der historischen Faktenlage zu tun hat also die chinesischen Seeleute die an Land mussten die wurden dann aber wirklich auch immer im Radius von 2-3 Kilometern gehalten damit sich auch ja keine Seuchen ausbreiten und genau und durften auch in diesen nur sich in bestimmten Gaststätten aufhalten und so weiter und das sogenannte Chinesenviertel das dann irgendwann sich herausgebildet hat das war immensen polizeilichen Repressionen ausgesetzt und heute ist die Stadt also immer sehr fleißig damit sich diese Momente der Geschichte herauszugreifen als sich also bestimmte diasporische Communities herausgebildet haben und also sehr viel transatlantische Kultur nach Hamburg gelangte aber wenn man in die Geschichte zurückblickt dann war die Geschichte der Migration in Hamburg also vor allem eine Geschichte ja auch der Repression ganz lange und Hamburg hat also auch nie den Grad an Internationalität erreicht den Barcelona erreicht hat den Liverpool erreicht hat den Marseille erreicht hat und das hatte doch auch sehr viel mit den repressiven Politiken zu tun und dem repressiven Umgang mit beispielsweise internationalen Seeleuten hier in Hamburg was können Sie dazu sagen ich weiß dass das jetzt nicht Ihr Spezialgebiet ist aber ich meine das stimmt alles aber man muss sich also das Problem wenn man so ein Buch macht das Problem wenn man wir machen jetzt eine App dazu das Problem wenn man das zusammenfasst ist überhaupt ein Problem der Kolonial Geschichtsschreibung ist die Repression ist so viel stärker und so viel stärker greifbar als der Widerstand dagegen wenn man die Geschichte nur als eine Geschichte der Repression erzählt dann marginalisiert man die Marginalisierten ein zweites Mal das ist einfach ein Bias da kommt man schwer draus weil natürlich auch die Quellen eindeutig immer aus der von den mächtigen geschrieben werden und nicht den ich will nicht sagen ohnmächtigen den weniger mächtigen den drangsalierten und ich glaube es ist schon wichtig dass man darauf hinweist es gab immer auch dieses andere Hamburg und sagt das offizielle Hamburg das sich dann damit feiert wollte das vielleicht gar nicht also wir hatten heute im Oberseminar einen interessanten Vortrag über Berlinstadt und was da eigentlich der Hintergrund jetzt auch so wo man sich feiert und Auswanderung was da eigentlich dahinter steckt warum man die Berlinstadt geschaffen hat warum man im Grunde die osteuropäischen Auswanderer dort eigentlich weggesperrt hat weil man sie nicht in die Stadt hereinlassen wollte weil man sie für Überträger von Krankheiten etc. einfach hielt also das ist glaube ich in der Geschichte halt einfach immer da und man muss beide Seiten erzählen weil sonst kriegen wir wieder eine reine Herrschaftsgeschichte und ich glaube das kann auch nicht oder ist nicht mein Verständnis von dieser Art Geschichte das heißt automatisch betone ich vielleicht die Selbstorganisationselemente über weil ich sonst nur über Repressionen schreibe und dann schreibe ich eigentlich einen bestimmten Teil einen ganz zentralen Teil aus der Geschichte raus Stichwort Herrschaftsgeschichte ich will als nächstes auf die Kolonialdenkmäler zu sprechen kommen und die gibt es ja in Hamburg wirklich in Hülle und Fülle und dieser Sammelband thematisiert ja die Bismarckstatue den Aufsatz dazu haben sie ja auch selbst geschrieben dann gibt es einen Aufsatz über die gefallenen Tafel in Michel thematisiert wird die Lettow-Vorbeck-Kaserne auch die Speicherstadt da sagten sie auch schon selber wurde zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und wenn wir jetzt Bilanz ziehen für den Bereich der Dekolonisierung des öffentlichen Raumes dann ist das Ergebnis ja sehr ernüchternd denn die Stadt hat zahlreiche Chancen vertan beziehungsweise auch Entscheidungen getroffen die Schizophren anmuten um nur ein Beispiel zu nennen 2014 hat der Senat einerseits beschlossen das koloniale Erbe Hamburgs aufzuarbeiten die Forschungsstelle eingerichtet und so weiter und andererseits hat er beschlossen das Bismarckdenkmal für sage und schreibe 13 Millionen Euro sanieren zu lassen wie passt das zusammen frage ich mich oder ein weiteres Beispiel für die Vertuschung der kolonialen Vergangenheit ist die Elbphilharmonie der Tempel der Hochkultur sie wurde auf dem Kai Speicher A errichtet auch bekannt als Kakaobunker und Kakao wissen wir war die Kolonialware schlechthin das heißt die Liste der abgefahrenen Züge ist sehr lang und jetzt will die Stadt ja aber dieses Jahr ein Konzept vorlegen um die Aufarbeitung voranzutreiben im Hinblick auf diesen realpolitischen Entwurf der uns erwartet würde ich von Ihnen gerne wissen Herr Zimmerer welche Anregungen grundsätzlicher Natur haben Sie denn für den Umgang mit diesen herrschaftlichen mit diesen kolonialen Denkmälern also ich habe jetzt versuche meine Gedanken zu also ich habe ich habe ja vor Jahren gesagt dass man Denkmäler wie den Bismarck entterrorisieren müsste das ist dass wir also ihn einfach zu renovieren restaurieren das geht eigentlich nicht ich glaube es reicht auch nicht irgendwie jetzt irgendeine Schifftafel hinzumachen oder ein Gegendenkmal das sind alles so Argumente auch international wie man mit Denkmälern umgeht und man sie eigentlich behalten will und dann sagt ein Erklärschild dran naja wenn man den Bismarck was weiß ich von Finkenwerder aussieht muss es schon ein großes Schild sein wenn ich das von Finkenwerder auch lesen kann das ist natürlich das ist das ist das Problem also am besten wäre es gewesen meiner Meinung nach das wäre auch glaube ich einem historischen Verständnis angemessen Bismarck verfallen zu lassen weil das ist der Gang der natürliche Gang der Geschichte man baut ein Denkmal auf und es verfällt dann hätten wir auch noch lange was davon gehabt weil so schnell also auch Sprengern bin ich dagegen sondern zu sagen Geschichtsbilder sind gesetzte Geschichtsbilder und was man hat in der Debatte ich habe dann riesen Ärger gekriegt weil Theo Sommer dann der Meinung war er muss Bismarck und den Bismarck Hering verteidigen und na ist schwierig weil wir können jetzt unsere Debatte nicht mehr haben weil er ja mittlerweile verstorben ist aber Sie können das ich habe dann noch erwidert Sie können das eigentlich nachlesen weil sich an diesem Bismarck jetzt dieser Widerstand auch mit entzündete weil sehr viele Leute sich angegriffen fühlten durch den Vorschlag Bismarck verfallen zu lassen jetzt kann man dazu stehen also kann man jetzt doof finden oder 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 nicht viel interessanter wissenschaftlich ist die Frage warum wird Bismarck zum Symbol eines Streites um diese Deutung und meine Interpretation war dass das etwas damit zu tun hat wer das Sagen hat wie man den öffentlichen Raum gestaltet und das Black Life Matters Roads Must Fall alle diese Initiativen die ja auch die Schablone mit abgeben für die Debatte in Deutschland es eben heißt dass Menschen die anders aussehen als ich ein anderes Geschlecht haben als ich ich definiere mich als Mann sage ich jetzt nur damit es kein Missverständnis gibt plötzlich auch mitreden wollen und dass es eigentlich interessant ist was geschieht mit Bismarck aber auch wer darf mitbestimmen was mit Bismarck geschieht und dann sind wir plötzlich bei der Frage wer und was ist deutsch wer oder was entscheidet mit über so identitätsstiftende Marker wie es diese Denkmalstruktur eigentlich ist jetzt muss man mal schauen wie da mit Bismarck umgegangen wird weil es kann auch nicht das sein dass ich jetzt sage was damit gemacht wird weil das macht es auch macht es schon ein bisschen besser als was jetzt ist aber macht es nicht richtig gut also sondern ich wurde auch gebeten dieses Erinnerungskonzept zu schreiben also in den 14 oder 15 16 habe ich gesagt das schreibe ich nicht ich leite die Forschungsstelle aber es ist nicht Sache eines weißen Mannes mittelalterlich der im Grunde dieses Erinnerungskonzept schreibt und deshalb muss man jetzt mal schauen wie dieser Prozess aufgegleist wird und was dann eigentlich dabei rauskommt aber es sind natürlich spannende Fragen warum sich an diesem Bismarck das so entzündet was ich ein Skandal finde oder was man einfach sagen muss ist ja gar nicht Bismarck über den man streitet aber diese zentralen Erinnerungsorte an die nichts erinnert und der Bakenhafen ist so ein Erinnerungsort an den nichts erinnert daran dass er eigentlich Jan Kavlert sitzt hier irgendwo der hat das herausgearbeitet auch in dem Band auch eine Dissertation die jetzt dann kommt der nachgewiesen hat dass im Grunde 90% aller Truppen alles Nachschubs an diesen Genozid an den Herero und Nama über Hamburg ließen weil Wörmann eigentlich ein Monopol hatte für den Militärtransporte nach Südwestafrika das heißt dieser Bakenhafen ist die Drehscheibe für diesen Genozid für den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts über den verhandelt wird international über den die ganze Welt redet wie Deutschland damit umgeht und hier ist die Drehscheibe und da ist nichts und darüber muss man nachdenken jetzt muss ich loswerden das wollte ich ja im Kaisersaal hätte es noch besser gepasst dieser Genozid an den Herero und Nama begann nämlich genau jetzt vor 119 Jahren in der Nacht vom 11. Januar auf den 12. Januar nur einfach um mal daran zu erinnern dass dieses Datum hier also sehr passend ist auch für die Diskussion wie gesagt der Kaisersaal wäre noch besser gewesen weil Kaiser Willhelm der große Ermöglicher dieses Genozids war auch ein Thema über das man eigentlich nicht spricht wo man dann alles jetzt dem Drohtar zuschiebt der übrigens von Hamburg weg fuhr der in Hamburg ankam der in Hamburg seinen Orden Hotel 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 Atlantik angeheftet bekommen hat das heißt das ist zentral für diesen Genozid und es ist relativ wenig also der Senat Carsten Proster hat sich vor Jahren entschuldigt als eine Herero Delegation da war das war im Kaisersaal aber jetzt für diesen Parkenhafen da kommen glaube ich Neubauwohnungen hin und sonst nicht und darüber müsste man reden oder diese Plakette im Michel Gedenken an die Gefallenen für Kaiser und Reich in China und Afrika und kein Wort über die Opfer also man kann ja vielleicht noch verstehen warum man eine Gefallenen Gedenktafel nicht entfernt kann man vielleicht verstehen aber dass man nichts anbringt dass in diesem Genozid nicht nur Soldaten aus Hamburg gestorben sind sondern auch Herrera und Nama das ist natürlich gerade in einem Gotteshaus schon sehr unverständlich Sie sprachen ja gerade über den Bakenhafen ich fand das ein sehr prägnantes Beispiel weil ja tatsächlich auch Truppen die nach China geschickt wurden von dort aus verschifft wurden also man muss sich mal vor Augen führen dass deutsche Redereien dann sogar noch am Genozid und an allen kolonialen Verbrechen wo Deutschland irgendwo seine Hände im Spiel hatte profitierten und ich finde also und dafür stellt dieses Buch ja ein ganz zentrales Instrument dar dass überhaupt der Begriff Erinnerungsort anders gedacht werden muss Erinnerungsort ist dann eben nicht nur das Denkmal für Bismarck sondern eben auch der Hafen ist ein Erinnerungsort und muss entsprechend verhandelt werden im Diskurs als ein Ort der diese Verbrechen materialisiert verstanden werden Ich mochte auch den Gedanken Denkmäler verfallen zu lassen fand ich eine schöne Idee aber es gibt in dem Buch zum Beispiel auch einen Text über das Wismarnd Denkmal das sich auf dem Campus befunden hat und das in den 60er Jahren von Studierenden dreimal gestürzt wurde also beim dritten Mal war man dann erfolgreich und was halten Sie von der Idee Denkmäler Denkmalssturz wäre das wie gesagt erstens bin ich nicht maßgeblich zweitens meine Meinung ist also Denkmalsstürzen und liegen lassen finde ich gut worüber man diskutieren muss ist wenn man Denkmäler ganz wegräumt als hätten sie nie dort gestanden denn es ist ja natürlich schon auch interessant dass man irgendwann mal dachte dem Bismarck ausgerechnet ein Denkmal dort mit Blick auf Hafen setzen zu müssen oder den Wisman aufzustellen der ja super spannende Geschichte ist denn dieser Wisman das Denkmal stand zunächst in Dar es Salam in Deutsch Ost Afrika dann verliert Deutschland den Krieg verliert die Kolonien der Wisman kommt nach London und wird dann über Kaufleute nach Hamburg gebracht und wird dann in den 20er Jahren hier aufgestellt weil die Universität und eben die Stadt an die Geschichte des Kolonialinstituts positiv anknüpfen will das gehört ja auch dazu und dann wird eben 68 im dritten Anlauf gestürzt wobei mich das immer fasziniert vor allem die ersten zwei Anläufe weil gibt es ja auch Bilder wo die Studierenden alle schön mit Anzug und Krawatte da an den Wisman ziehen und dann kommt die Polizei und sagt das geht nicht und dann gehen die alle heim beim ersten Mal und das finde ich auch einfach interessant aber tatsächlich ist natürlich wichtig der Denkmalssturz der Erfolgte ist natürlich wichtig ein ganz wichtiges Element in der Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus das heißt von der Gründung des Kolonialinstituts über den Sturz des Wisman Denkmals bis zur Gründung der Forschungsstelle könnte man ja auch einen Bogen spannen und sagen so ändert sich eben der Umgang der Universität mit Kolonialismus was ja ein eigenes Thema ist und keineswegs ein Rumorsblatt wie die Wissenschaft und die Universitäten sich zum Kolonialismus stellten jetzt ist er weg ich hatte befürwortet dass zum Uni-Jubiläum eigentlich der Wisman wieder nicht aufgestellt wird sondern in den Innenhof des Zentralgebäudes gelegt wird dass man eben sieht und dass man auch innehält dass man sagt wieso liegt denn der da weil es geht ja auch darum die Menschen zum Nachdenken anzuregen was ist diese Geschichte jetzt reinwaschen und sagen es gab nie diese koloniale und diese rassistische Verstrickung der Universität oder der Stadt ist ja auch geschichtsvergessen sondern man muss ja aufklären und sagen da waren wir jetzt sind wir hier und vielleicht gibt es sowas wie eine positive Entwicklung in der Auseinandersetzung Herr Zimmer ich finde dass dieses Buch eine ungemein wichtige Grundlage schafft um also die kolonialen und imperialen Grundlagen der kapitalistischen Globalisierung anhand von physischen Orten in der Stadt aufzudecken und jetzt gibt es ja neben der Forschungsstelle noch den Beirat der von der Stadt ins Leben gerufen wurde den runden Tisch dann gibt es zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen und Organisationen rassifizierter diasporischer Communities und wie könnte denn jetzt in Anbetracht der politischen Vorlage die uns hoffentlich dieses Jahr erwartet eine Zusammenarbeit all dieser Akteure aussehen also haben sie da eine Utopie für die Zukunft wie man an einem Strang ziehen könnte naja also das klingt so als gäbe es keine als wären das völlig geschiedene Gruppen das sind sie ja eigentlich nicht also ich glaube unsere Aufgabe ist einfach eine andere mit anderen Anforderungen als wissenschaftlicher Dienstleister und der wissenschaftliche Dienstleister sind wir eigentlich für alle die nachfragen es fragen nicht alle nach das muss man auch sagen das hat vor allem zu tun was mich wundert dass also gerade städtische Institutionen durchaus verhalten sind im Nachfragen also wo man sagt die Expertise die wir erarbeitet haben und weiter erarbeiten das ist ja eigentlich nur ein Zwischenstanden oder oder ein erster Aufschlag würden wir ja gerne einspeisen es wird aber von denen wo ich denke die müssten mal externes Wissen einspeisen nicht nachgefragt ich glaube das ist nicht so viel anders von migrantischen postkolonialen Gruppierungen die erzählen dass sie auch nicht nachgefragt werden also da scheint es die Tendenz zu geben so eine Institution kann am besten alles selbst und meine Utopie wäre dass sich alle die an dem Thema arbeiten aus ihren unterschiedlichen Perspektiven einbringen wenn da ein neues deutsches Hafenmuseum gebaut wird oder wenn im Mark eine Benin Ausstellung erarbeitet wird und 300 Meter weiter in der Forschungsstelle seit vier Jahren ein deutsch-nigerianisches Forschungsprojekt zu den Benin Bransen läuft und ich zufällig im Museum dann jemanden treffe der die Benina Ausstellung macht und sagte er hätte nicht gewusst dass wir auch an sowas arbeiten dann denke ich mir ist vielleicht auch also da ist Luft nach oben für Synergie Effekte um zu sagen ja es gibt ein wissenschaftliche Grundlagen Wissen das wir auch versuchen zu erarbeiten mit Wissen aus den ehemaligen Kolonien also wo immer es geht also in dem Nigeria Projekt war es mit Tansania ein Projekt mit Namibia ein Projekt wo wir immer sagen dass wir Doktorantinnen oder Künstlerinnen und Kolleginnen dauerhaft oder nicht dauerhaft längerfristig in unsere Projekte einbinden weil wir auch vermeiden wollen was mittlerweile en vogue ist zu sagen ja wir machen ein Projekt und dann fliegen wir mal für zwei Tage an Kollegen aus Dar es Salam oder aus Windhoek ein und dann haben wir uns schon ausgetauscht sondern zu sagen wir wollen die möglichst dauerhaft in dem Team haben weil das den notwendigen Perspektivwechsel automatisch ist ganz interessant automatisch hervorbringt wenn Kolleginnen dabei sind die eben eine ganz andere Erfahrung machen auch mit dem Phänomen Kolonialismus das Problem dabei ist das ist teuer also gerade diese Art Forschung auch wenn sie es nur sagen über Austausch die Reisekosten sind bei globalen Themen einfach ein Killer und da sind wir einfach hoffnungslos unterfinanziert ich will jetzt gar nicht jammern ich bin sehr dankbar dass wir für zwei Jahre jetzt überwintern können ja um zu hoffen dass irgendwas irgendwann mit dieser weltpolitischen ja Lage die wir haben irgendwie wieder rauskommt dass wir vielleicht gerade jetzt mehr globale Forschung brauchen und nicht weniger und dass man dann eben wir können weitermachen aber dann gehört eben dazu dass wir Fellowship Programme etc. um dauerhaft dieses Wissen einzubinden und meine Utopie wäre dass wir das mit wissenschaftlichen Kolleginnen machen dass andere das mit künstlerischen Kolleginnen machen dass man mit dem Wissen das hier vor Ort ist in postkolonialen Initiativen zusammensetzen und dann die städtischen Akteure beraten dann sind wir mit meinen fragen durch und ich würde die runde öffnen für das publikum ja ich bin ja ich sehe da direkt hände in der luft also wir würden fragen erst mal sammeln ich würde sagen vielleicht drei für das erste drei vier und wer dann beim ersten mal nicht drankommt meldet sich wenn ich aufrufe für die zweite fragerunde genau so also die erste meldung kam wir wir sehen wir sehen das nicht so richtig nein aber ich würde sagen da vorne dritte Reihe vierte Reihe hallo ja ja ich ja ich habe eine frage an herrn zimmerer gibt es in hamburg oder hat es in hamburg auch abgeordnete im rathaus gegeben die gegen diesen kolonialismus vor allen dingen während der hohen zollern zeit sich da proteste erhoben haben immerhin gibt es ja diese geschichte von das war der august bebel und das vom spd und zentrums partei das war der matthias erzberger 1907 beziehungsweise 1906 haben sie in einer reichstagsabstimmung richtig gut stimmung gemacht gegen diese kriegsverbrechen so haben sie es genannt der kolonialtruppen in 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 südwestafrika worauf der reichstag aufgelöst wurde und dann ging die propagandamaschine los dass am ende die mehrheit verschwunden war auch innerhalb der spd haben dann doch viele für diese beschluss für die kriegsanleihen sich entschieden und was passierte da in hamburg das ist das eine und das andere hier war ja der graf schimmelmann im dänischen gebiet der sitzt da ja in ahrensburg und der hat ja dieses dreiecksgeschäft richtig vorangetrieben ist dadurch reich geworden damals hat ihm sogar hamburg verboten das von hier aus zu machen ich würde sie bitten sich kurz zu fassen damit wir zu den anderen gleich zu ende das und matthias claudius hat ja von diesem schimmelmann seinen wandsbecker boten finanziert bekommen aber immerhin hat er schon mal ein gedicht geschrieben über den armen sklaven und aber das hatte so ja das hatte also das drang nicht so richtig durch das versteht man heute jetzt zum nachheran danke dann bitte ich alle weiteren fragestellerinnen im sinne der rücksichtnahme sich kurz zu fassen ja wir sammeln also da vorne okay ich fasse mich ganz kurz ich finde die gut denkmäler zu stürzen oder verfallen zu lassen wie sollte man ihrer meinung nach mit straßennahmen umgehen danke noch eine wer war hier sie beziehen sich hauptsächlich auf die kolonisation afrikas wenn ich das richtig verstehe meine frage ist welche forschung ideen haben sie zu den kolonialen absichten hauptsächlich während der nazizeit angefangen gegenüber osteuropa ja also zu schimmermann da haben wir einen beitrag im band also das ist eigentlich ganz spannend die tatsache hamburg erlaubt keinen teilnahme am versklavungshandel altona schon da gibt es auch doch belege die man jetzt systematisch nachgehen will das ist eines unserer ziele in der in den nächsten jahren dass die hamburger halt dann fahrten von altona aus finanzierten wenn man aufs geld schaut ist dieses verbot vielleicht nicht ganz so strikt wie man wie man wie man das meinen möchte widerstand zu bebe will ich nur sagen es wird immer zitiert bebe war nicht gegen kolonialismus und auch große teile der spd waren nie gegen kolonialismus die waren gegen das was sie kolonial exzesse nannten aber nicht gegen den kolonialismus an sich denn plakativ formuliert irgendwie musste man ja arbeiten das ist ja auch ein sozialdemokratisches credo und deshalb verfing diese ideologie der erziehung zur arbeit auch also jetzt zu sagen das wären grundsätzliche gegner des kolonialismus wäre verfehlt die waren kritiker des genozids und der exzesse jetzt ist die frage ob man der hinweis auf die kolonial exzesse nicht selber ein latent apologetisches argument ist weil ich der meinung bin dass der kolonialismus an sich ein strukturell rassistisches unrechtssystem ist und an sich ein exzess und nicht das besonders schlimme lehne ich ab aber der rest ist eigentlich eigentlich okay straßennamen es ist einfach meiner meinung nach so straßennamen werden gesetzt von einem kollektiv zur identitätsstiftung und wenn ein straßenname auf kritik stößt dann muss die politik ja busch und andere müssen entscheiden oder die bürgerinnen müssen entscheiden man kann sich aber nicht darauf zurückziehen wir können das nicht ändern weil es immer so war sondern ein einmal aufgerufener kritikpunkt wer abgelehnt wird ist einfach meines erachtens zu behandeln wie eine Neusetzung und man muss sich überlegen ob man jetzt 2023 noch Straßen nach Schimmelmann Dominik Bismarck wie auch immer benennen will oder nicht wenn man sagt heute würde es nicht mehr tun sollte man meiner Meinung nach den Namen ändern die Frage nach der Ostkolonisation im Dritten Reich das glaube ich kann ich jetzt nicht in der Kürze der Zeit beantworten meine eigene wissenschaftliche Position ist hinlänglich dokumentiert dass ich der Meinung bin dass der Krieg von 1939 bis 1945 eigentlich ein zweiter Versuch Deutschlands war sich ein Kolonialreich zu erwerben allerdings in Osteuropa denn wie Hitler sagte das hat den Vorteil dass man nicht übers Meer fahren muss und die britische Navy das nicht mehr unterbinden kann und da gibt es eigentlich zahlreiche Aussagen dass man sagt das ist jetzt im Grunde unser neues Kolonialreich das im Einzelnen aufzudröseln da gibt es jetzt eine neue Doktorarbeit die das an Handelsfirmen macht das führt jetzt zu weit leider dann machen wir eine zweite Runde ich bleibe sitzen verstehe man mich gut wenn ich darf würde ich eine frage nicht direkt zum buch sondern zum aktuellen historiker streit bezüglich des holocaust und des kolonialismus an der sie sich auch exponiert haben dazu würde ich die frage stellen wollen und da würde mich interessieren wie sie gerade den den stand der Debatte sehen also es hat ja erst richtig angefangen mit dem mit dem Aussatz von nicht dein name nicht ein sagen sie ihn schnell dirk moses sorry so da ging es erst richtig los dann kam saul friedländer götz ali mit einer sehr starken gegenwehr und dann hat sich die Debatte ein wenig in ein wenig versöhnlicheres fahrwasser begeben da würde mich interessieren wie sehen sie den gegenwärtigen stand wird das noch mal aufflammen sie haben sich auch vorher einmal dazu das letzte habe ich nicht verstanden wie sehe ich den stand der debate genau und wie soll es wohl weiter gehen wie exponieren sie dich nochmal und eine zweite kleine Sache wenn ich noch darf gerät in der Debatte nicht einiges durcheinander wenn auf der einen Seite eine Aufwertung der Erinnerungskultur bezüglich des Kolonialismus gefordert wird auf der anderen Seite aber eigentlich eine akademische Debatte geführt wird über den Vergleich von Genoziden wird da nicht etwas durcheinander gebracht ist das eine nicht eine wissenschaftliche Debatte und ist das andere nicht eine öffentliche Debatte danke arbeiten sie zusammen in der Forschung mit anderen europäischen Ländern die ja fast alle auch kolonieren hatten ganz hinten noch eine Meldung Ja vielen Dank für die pointierte Debatte und Diskussion ich hätte zwei Fragen zum einen würde mich interessieren wie es mit den anderen deutschen großen Hafenstädten also Bremen vielleicht auch Lübeck in dieser Zeit 19. Jahrhundert frühes 20. Jahrhundert ist also weil natürlich die Forschung der Forschungsstelle Postkolonial sich vor allem auf Hamburg beziehen das würde mich einfach nur als Wissen interessieren wie weit spielt Bremen oder andere Hafenstädte vielleicht auch als Akteure auch als Lobbyistengruppen dafür eine Rolle und als zweites würde ich gerne die Frage nach Osteuropa insofern nochmal aufgreifen nicht unbedingt auf die NS-Zeit bezogen sondern auch aufs 19. oder vorhergehende Jahrhunderte weil natürlich gewissermaßen ein antislawischer Rassismus antipolnischer Rassismus im 19. Jahrhundert bedeutsam ist auch da gibt es wichtige gerade von Hamburg aus wichtige Handelsverbindungen nach Osteuropa in den Osten insofern wäre das eher eine Frage dahin für koloniale Erinnerungsorte fällt das auch mit in dieses Konzept müssten auch diese Aspekte mit darunter verhandelt werden oder ist dieser Begriff koloniale Erinnerungsorte im Wesentlichen auf das was heute vor allem als globaler Süden bezeichnet wird bezogen Also Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern also Kollegen aus Kolleginnen aus anderen europäischen Ländern ja punktuell machen wir das schon das ist auch eine Frage einfach ob man man müsste ein entsprechendes Netz aufbauen das funktioniert eher auf persönlicher Ebene wo man mit Kollegen einfach spricht oder sagt wir machen gemeinsame Projekte da gibt es jetzt keine systematische Zusammenarbeit bisher das ist auch eines der Ziele das ich eigentlich hätte wenn die Verstetigung der Forschungsstelle passiert wäre jetzt wie es eigentlich im Plan eigentlich war zu sagen und dann kann man eben auch diese Netze aufbauen es ist natürlich jetzt auch ganz generell schwierig wenn man jetzt zwei Jahre Finanzierung hat es ist halt problematisch irgendwas dauerhaftes aufzubauen weil alles einfach 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 Zeit kostet und man für die Partner bei Projekten jetzt europäische oder DFG also europäische in dem Fall natürlich auch nur interessiert ist wenn man nicht sagt in zwei Jahren sind wir weg also deshalb wäre der erste Schritt zu sagen wie geht es mit der Forschungsstelle weiter will Hamburg sich diese Forschungsstelle quasi weiterführen dann kann man Sachen aufbauen zu Bremen Lübeck und Kiel bin ich jetzt direkt überfragt weil ich dann als Außenstehender auch gemerkt habe dass die Bremer richtig begeistert sind wenn man sagt wir haben eine Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe wir machen Bremen mit und Lübeck das hat nicht so bisher funktioniert da haben wir eher Kontakte mit dem Überseemuseum da haben wir einfach was gehabt der Bereich Osteuropa das ist ein wichtiger Hinweis weil man natürlich in unserem Konzept der kolonialen Verflechtungsgeschichte ja immer auch bei Waren schauen muss wo kommen die her wo gehen die hin und das beginnt ja auch nicht in Hamburg also das sind ja Umschlagspunkte die dann wieder in den Ostseeraum gehen oder woanders hin dass man auch das eben weiter erforschen muss nur wie gesagt wir hatten jetzt schon gut zu tun das jetzt mal zu skizzieren und haben viele Ideen wie man das weiter führt und hoffen jetzt dass irgendwann die Entscheidung kommt dass wir auch das nötige Geld dafür haben diese Forschungen angehen zu können weil die Themen gehen uns nicht aus weil es wirklich eben diese Verflechtungs Geschichte ist ob man jetzt an der Stelle auf zwei Minuten zum Historikerstreit 2.0 eingehen will und wissenschaftliche Debatte oder nicht ich wundere mich auch warum eine wissenschaftliche Debatte die im wesentlichen vor 15 Jahren entschieden wurde plötzlich eine politische Debatte geworden ist es hat wahrscheinlich auch mit Identitätsstiftung heute zu tun das kann man lange diskutieren ich teile die Ansicht nicht dass der Historikerstreit 2.0 mit dem Aufsatz von Dirk Moses begonnen hat der hat wesentlich früher begonnen das ist aber jetzt eine Frage weiß ich nicht können wir gerne machen kann ich ohne Probleme eine Stunde drüber reden ob das jetzt die Mehrheit Darmwesenden ausreichend interessiert und was an Vorwissen jetzt eigentlich da ist nicht bei Ihnen da ist es offenbar da aber im Saal das kann ich jetzt schwer einschätzen meiner Lesart nach vielleicht das kurz ist es so dass im Grunde wenn man sich anschaut ja ich fange gar nicht an das wird je nach dem also entweder 20 Minuten oder gar nicht sonst ist schwierig Ich schalte mich mal kurz dazwischen ich sehe Sie werden jetzt Erstredner Sie hatten schon es gibt ganz viele Fragen im Raum ich gehe mal ganz kurz zu der jungen Dame die mir eben aufgefallen ist und dann gehe ich gleich links rüber Dankeschön also ich habe eine Frage zu Bildung über Kolonialismus für junge Leute also wenn man sich jetzt im Raum umguckt fällt ja auch auf hier sind hauptsächlich Erwachsene heute was glaube ich auch zum Teil daran liegt dass solche Veranstaltungen wenn sie um diese Uhrzeit stattfinden für Schüler ihnen auch teilweise unzugänglich sind und dabei ist es ja eigentlich echt fatal wenn jungen Leuten weil das durch die Schule zum Beispiel nicht vermittelt wird dieses Wissen über Kolonialismus und die heutigen Auswirkungen nicht vermittelt wird deswegen ist meine Frage ob das etwas ist woran sie mit ihrer Forschungsstelle auch arbeiten und wie man das was sie hier heute vermitteln auch auf eine jugendfreundliche Weise an Schüler an den Schulen zum Beispiel tragen kann damit die junge Generation auch mehr über Kolonialismus vermittelt eigentlich rede ich so gerne davon ich bin Judith ich komme aus Suriname eine ehemalige nederlandische Kolonie bin bin vor elf Jahren nach Deutschland gekommen von wegen die deutsche Sprache die geht über die Seele oh mein Gott ich bin total aufgeregt und habe jetzt den Entschluss gefasst im April gehe ich wieder nach Hause nach Suriname habe eigentlich das letzte Jahr habe ich da geschrieben ein Curriculum geschrieben wie man eigentlich von unserer Seite uns belichtet sozusagen ein Zeitleiste die parallel geht die parallel läuft mit die europäische Geschichte aber auch von unserer Sicht aus für Schulen ich habe das an ganz viele Schulen geschickt aber ich dann kommt vielleicht die Offenheit dass man eigentlich ein Dialog das da entsteht oder ein Zugang ist für mich und Menschen die hinter mich stehen meine Vorfahren sozusagen und ich habe Vertrauen da drin aber ich kann das nicht abwarten im April gehe zurück Vertrauen habe ich da drin wo ich denke dass das wie gesagt über die Seele geht und die Hunger nach Aufarbeitung ist an der Seite der Europäer da und das wird dann auch gefüttert dass die Heilung dann stattfindet und hoffentlich kann ich meinen Teil beitragen sozusagen Ich habe zwei Fragen heute wird ein Buch vorgestellt das für viele Menschen in Hamburg sehr interessant sein sollte und interessant ist man kann es erwerben aber ich bin erstaunt darüber dass die Landeszentrale für politische Bildung zum Beispiel dieses Buch nicht anbietet ich habe insgesamt den Eindruck dass die Verantwortlichen dieser Stadt nicht so sehr daran interessiert sind dass die Bedeutung dieses Buches über die Kreise wie sie ja hier mit uns versammelt sind hinausgeht vielleicht kann ja auch Norbert Hackbusch jemand dazu sagen ich würde das für dringend erforderlich halten dieses Buch zugänglich zu machen ich könnte es mir leisten aber es gibt viele Menschen für die allein es vom Preis ein Problem ist und es gibt unglaublich viele Bücher kostenlos in der Landeszentrale die nicht so bedeutsam sind wie dieses Buch zweitens viel wurde bei Bismarck das ist jetzt ein politischer Auftrag das muss man länger anhalten nach dem Beifall zweitens es wurde viel über das Bismarck gesprochen es gibt ja viele Vorschläge Sieher Zimmere hatten ja auch vorgeschlagen ihn schräg zu stellen oder mit Stacheldraht zu umhüllen es gibt auch andere Vorschläge im Moment ist der Stand nicht so wie er erscheinen könnte dass man gute Ideen hat die auch ernsthaft diskutiert würden es wird ja in den nächsten Monaten ein Wettbewerb stattfinden zu diesem Denkmal die Auslobungsunterlagen sind in der Behörde ausgehandelt worden die beteiligten Initiativen von den postkolonalen Initiativen und andere Gruppen sind daran überhaupt nicht mehr beteiligt worden der runde Tisch hat da nicht existiert man durfte da kurz seine Meinung sagen aber die Entscheidungen werden immer in der Kulturbehörde hinter verschlossenen Türen getroffen und es gibt dann einen zwar offenen Wettbewerb aber die Ergebnisse werden auch nicht der Öffentlichkeit präsentiert sondern erst nach Entscheidung der Jury soll dann das Ergebnis präsentiert werden das ist nicht demokratisch das verhindert Partizipation und verhindert Interesse und das vom Kultursenator für den letzten Sommer angekündigte Festival rund um das Bismarck Denkmal wo alle diese Gruppen die wir immer nennen die gibt es in Hamburg zahlreiche meistens kleine Gruppen aber es gibt sie die sehr aktiv sind wo die ihre Arbeit ihre Ideen hätten präsentieren können fand auch nicht statt also Corona reichte da schon nicht als Ausrede also ist weniger eine Frage aber vielleicht doch eine halbe Frage wie optimistisch sind sie eigentlich dass diese Ergebnisse die ja immer zahlreicher vorliegen in die politische Kaste vordringen wo gibt es da Menschen die das zu ihrer Herzensangelegenheit auch machen und die sich dafür auch mal anlegen würden mit Hamburger Kaufleuten also da bin ich pessimistischer als es jetzt hier mit den Anschein hatte könnte Sie die anderen nur bitten im Sommer sehr darauf zu achten wenn da was kommt und auch nach ihren Möglichkeiten darauf Einfluss zu nehmen ja ich fange jetzt mal mit dem Bereich Schule an und subsumiere die zwei Fragen nach dem Curriculum und ich finde auch es muss in die Schulen rein es scheitert nicht an uns dass wir unser Wissen nicht zur Verfügung stellen das auch gleich jetzt zur Landeszentrale scheitert mit Sicherheit nicht an uns dass das Buch nicht bei der Landeszentrale ist wir haben auch wirklich versucht den Preis so zu gestalten dass man es noch kaufen kann was dazu geführt hat dass die AfD jetzt eine Anfrage gestellt hat und kritisiert ob das Buch subventioniert wird natürlich subventioniert wenn es eine reine wissenschaftliche Publikation ist dann liegen wir fast im dreistelligen Bereich bei so einem dicken Buch muss man auch sagen die Schulen sind zentral ich würde nicht sagen dass die Schülerinnen gar nichts lernen meine Erfahrung ist persönlich wie auch als Hochschullehrer der immer im ersten Semester fragt was wissen sie darüber dass es sehr unterschiedlich es gibt Erstsemester die kommen ja meistens ganz frisch aus der Schule die wissen gar nichts über den Kolonialismus und es gibt welche die wissen super gut Bescheid zum Beispiel über den Genozid an den Hereronama wenn man nachfragt liegt es an der individuellen Lehrkraft da gibt es wahnsinnig engagierte Leute die wirklich super super Job machen das Problem ist dass es nicht in den Lehrplänen in den Curricula ist und dass es quasi nicht nicht gezwungen wird dass man dass man im Grunde das in der angemessenen Breite unterrichtet jetzt kriegen wir viele Anfragen immer mehr auch von Schulen oder Lehrerfortbildungen Stadtführungen machen Aufklärung wir machen das soweit wir können in dem Konzept das ich geschrieben hatte eigentlich wie ich mir die Zukunft der Forschungsstelle vorstelle war eben auch eine Planstelle drin für jemanden der das betreut der das macht damit wir quasi das Wissen das wir erarbeiten auch weitergeben können das ist halt jetzt alles der finanziellen Situation zum Opfer gefallen und es ist halt so müssen wir leider jetzt auch nein sagen wir können es aber nicht mehr gestemmt kriegen wir werden mehr nachgefragt das Interesse ist größer sieht man auch heute als das was man das man eigentlich institutionell anbieten kann jetzt muss ich auch sagen es auch zu der Frage mit Bismarck die Forschungsstelle wird finanziert von der Wissenschaftsbehörde Punkt nicht von der Schulbehörde weiß nicht ob die irgend irgendwas macht in dem Bereich nicht von der Kulturbehörde ausschließlich von der Wissenschaft Wissenschaftsbehörde und ich frage mich die Kulturbehörde die Schulbehörde hätte ja bestimmt auch den einen oder anderen Groschen um ihrerseits Fortbildungen anzubieten also das Know-how das Wissen stellen wir gerne zur Verfügung aber es müsste halt nachgefragt werden und es müsste halt irgendwie auch so unterfüttert werden finanziell dass man dass man es leisten kann weil ich muss auch sagen also klar kann ich meine Mitarbeiter bitten das auch noch zusätzlich zu machen und natürlich braucht man ja gar nicht reden wie die Verhältnisse an der Universität sind ist es für Mitarbeiterinnen dann nicht immer ganz einfach meine Bitte auf freiwillige Mehrarbeit abzulehnen aber genau das mache ich nicht weil dann dann Ausbeutungsverhältnis den Mitarbeitern gegenüber einfach eintritt und das führt dazu dass man dann manche Sachen nicht machen kann das heißt wenn es der Stadt ernst ist müssten eben auch andere Behörden wie die Schulbehörde sagen auch wir müssen unser Schärflein beitragen für die koloniale Aufarbeitung der Stadt und übrigens auch für die Dekolonisierung des Schulwesens was jetzt mit uns gar nichts zu tun hat sondern mit ganz anderen Problemen und jetzt zum Bismarck also wir sind auch nicht eingebunden in der Ausschreibung des Wettbewerbs zum Bismarck Denkmal oder wie auch immer wir dürfen zum runden Tisch gehen wie alle anderen auch ich habe das eingestellt weil warum sollte man da noch hingehen aber ja das ist der Stand wir sind da nicht jetzt irgendwie die engsten Berater dieses Prozesses sondern wir machen von der Wissenschaftsbehörde finanziert die wissenschaftliche Aufarbeitung sind sehr dankbar dass die Wissenschaftsbehörde das macht weil sonst wäre meine Mitarbeiter ich ich bin ja angestellt von der Uni also meine Stelle ist es nicht über die wir hier reden sondern die meiner Mitarbeiter innen sonst wären die weg weil die sich halt dann was anders suchen und ich seid schon froh dass ihr nicht nur einen sechs Monats Vertrag haben da reden wir jetzt über prekäre Verhältnisse am Mittelbau der Universität und da muss man halt auch irgendwann rauskommen weil man dann eigentlich auch eine ethische oder moralische Verpflichtung hat den Mitarbeiterinnen gegenüber zu sagen naja okay dann lassen wir es sein also wie gesagt ich glaube wir versuchen es jetzt noch mal zwei Jahre und wenn nicht muss man kann sagen ja hätten wir auch haben können aber wollten wir halt nicht meine geht auf die Menschenhandel spricht Sklaverei wie in welchem Ausmaß war Hamburger Hafen bei dem Sklavenhandel beteiligt das wäre die erste Frage zweite Frage haben Sie mir ein Wort rüber geschoben prekäre Arbeitssituation und Sklaverei und Sklavenhandel gehören sie vielleicht in Zusammenhang miteinander oder haben sie überhaupt miteinander einen Zusammenhang mit heutigen prekäre Arbeitssituation und Sklavenhandel letzte Frage ich glaube da vorne ja drei Anmerkungen Nummer eins wäre dieses der Zusammenhang von Wirtschaft und Politik hier in Hamburg könnte durchaus noch weiter erforscht werden die Frage an sie ob Sie das auch so sehen Herr Zimmerer beispielsweise ist ja Hamburg erst 1918 und 1919 haben die ersten demokratischen Wahlen stattgefunden und ist Demokratie hier eingeführt worden das heißt also zur Zeit des Kolonialismus herrscht die wirtschaftliche und die politische Elite und die wurden also von vielleicht weniger als einem Drittel der Hamburger Bevölkerung gewählt und die politische Elite und die wirtschaftliche setzte alles daran dass das Wahlrecht nicht geändert wurde es gab ja 1905 1906 die sogenannte Aufstand wegen des Wahlrechtsraubs und da waren die Eliten der Wirtschaft unter anderem Berlin auch Wörmann sehr dafür dass dieses Wahlrecht nicht erweitert wurde und das alles beim Alten blieb damit sie genau das durchführen konnten was sie eben machten eben auch Profit aus dem Kolonial Wirtschaft zu ziehen aber ich habe noch eine andere Frage zweite im Augenblick ist ja das Buch rezensiert worden in der Zeitschrift des Vereins für Hamburg Geschichte von einem sogenannten Herrn Anderhand ich habe versucht zu recherchieren im Internet und habe festgestellt dass er keine historische Ausbildung hat und mir scheint dass diese Rezension genau davon auch spricht sie ist handwerklich ganz schlecht gemacht keine Zitate sind richtig und die Behauptung die er aufstellt gehen ins leere weil er sich nicht mit dem Konzept mit der konzeptuellen sozusagen Theorie und so weiter auseinandersetzt und verkürzt darstellt und zu einem Urteil kommt das besagt dass sie Herr Zimmerer sozusagen aus persönlichen Gründen jetzt diesen Postkolonialismus so hoch halten und die Autorinnen und Autoren sozusagen sich gezwungen fühlen dem auch nachzugehen ich finde das eine unglaubliche Art und Weise mit diesem Buch und mit einer wissenschaftlichen Arbeit umzugehen und ich verstehe überhaupt nicht wieso das möglich ist dass so eine Rezension überhaupt erscheint und würde Sie fragen wie stehen Sie dazu es gibt ja auch eine interne Diskussion okay ich versuche mich mal ganz schnell zu fassen und zwar bezieht sich meine Frage auch mehr oder weniger aus einer Bildungsperspektive und mein Eindruck ist immer wenn Deutschland über seine Kolonialgeschichte spricht dass es dann meistens über Deutsch-Süd-West-Afrika spricht und meine Frage ist im Grunde was ist in der Wissenschaft sozusagen noch zu erwarten und die Frage nach dem warum dann ist wahrscheinlich immer wieder die Antwort aufgrund der Quellenlage aber genau wie kann man einen Diskurs schaffen wo es nicht nur um Deutsch-Süd-West-Afrika geht beziehungsweise wo er so diskutiert wird sondern wo auch andere Bereiche die von Deutschland oder vom deutschen Reich kolonisiert wurden auch an die Oberfläche geraten genau ich möchte noch mal zum Thema der Erinnerungsorte nachfragen oder anmerken wir sind ja hier nun im Rathaus der Kaisersaal wurde erwähnt ich sehe das Rathaus als einen zentralen Ort des Kolonialismus in Hamburg an wie gehen wir mit diesem Ort zukünftig um machen wir ein Museum draus oder müssen wir es verfallen lassen ich wollte auch noch was oh hallo also einmal wollte ich mich bedanken ich bin eine der Lehrerin die eine Stadtführung bei einem ihrer Kollegin machen durfte also freut es mich auch dass Schülerinnen da sind heute ich wollte nur sagen ganz so ist es nicht mit den curricularen Vorgaben es wurden ja gerade die neuen Entwürfe der Lehrpläne herausgegeben und gerade in der Oberstufe in Geschichte also ich bin Geschichtslehrerin ist es so dass im Bereich Kulturbegegnung Europa und die Welt durchaus auch Hamburg das Tor zur Welt das sogenannte thematisiert wird also das ist ein Wahlmodul was in der Oberstufe auf jeden Fall alle Schüler die Geschichte haben erreichen wird und deswegen würde mich tatsächlich auch interessieren was gibt es für Wissenschaft Transfer was gibt es für Kooperation mit der Geschichtsdidaktik bei Ihnen an der Uni und eben auch Kooperation mit dem Landesinstitut für Lehrerfortbildung damit dass dieses wichtige Thema auch bei den LehrerInnen die ganz viel auch sonst an die Ohren haben gut aufgearbeitet werden kann und für SchülerInnen didaktisiert werden kann ja jetzt hoffentlich kann ich mir jetzt alle fragen also wir versuchen nicht nur auf Namibia zu schauen sondern tatsächlich das breiter aufzustellen wie gesagt zu Tansania hatten wir einen Kollegen hier drei Jahre bei uns mitarbeiten würden gerne das auch intensivieren und würden es auch über die formalen deutschen Kolonien hinaus ziehen weil das ist ja das Argument was ich am Anfang machte Kolonialismus reduziert sich ja nicht auf formale Kolonialherrschaft also an uns liegt es nicht die gleiche Antwort würde ich jetzt zur Lehrerfortbildung geben an uns liegt es nicht warum das Landeszentrum für Lehrerfortbildung bei uns nicht nachfragt oder irgendwie weiß ich nicht es ist für mich jetzt auch schwierig von mir aus jetzt rumzugehen an alle Behörden und zu sagen wollt ihr nicht wir haben da was wahnsinnig spannendes im Angebot ich verstehe ja die Aufgaben von staatlichen Behörden so dass die sich bemühen müssen dann dieses Know-how sind wir gerne bereit dort mitzumachen wie gesagt das Ganze liegt daran dass man eine Finanzierung hat die erlaubt dass man eben das auch machen kann und die haben wir im Moment nicht da möchte ich auf die angesprochene Rezension eingehen Verein für Hamburgische Geschichte hat im aktuellen Jahrbuch eine Rezension unseres Buches abgedruckt die zu dem Ergebnis kommt es ist also es taugt gar nichts mit Ausnahme von zwei Beiträgen einer davon ist einer der Herausgeber der Zeitschrift für Hamburgische Geschichte der Lohne und sonst ist alles einfach 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 Mist und vor allem ideologisch begründet und der Hauptvorwurf würde ich sagen ist nicht diese Vorstellung alle 30 Autoren wären von mir gezwungen worden und könnten sich nicht wehren eben meinem Konzept zu folgen ich würde sagen so jemand hat noch nie ein Sammelband gemacht also man kämpft Tag und Nacht dass man irgendwie eine rote Linie in ein Sammelband bringt geschweige denn die schreiben alle was ich will nur weil ich sage ihr müsst das jetzt die halten sich ja noch nicht mal an die längeren Beschränkung und die ist eindeutig festgelegt selbst die durchzusetzen ist sehr schwer sondern der Hauptgrund war der Vorwurf an dem Band wir würden die positiven Seiten des Kolonialismus nicht genug herausstellen und er hat recht wir stellen die positiven Seiten des Kolonialismus nicht heraus weil es diese positiven Seiten des Kolonialismus aus der Sicht der Kolonisierten nicht oder nur sehr begrenzt gibt und das überhaupt kein Maßstab ist das führt dazu dass ich diese Rezension eigentlich als kolonial apologetischen Hitjob verstehe um uns zu diskreditieren und zwar in der Debatte um die Verlängerung der Forschungsstelle kommt jemand und spricht uns die Wissenschaftlichkeit pauschal ab weil wir nicht jetzt sind wir wieder Uwe Tim wir haben zu wenig über den Straßenbau und den Eisenbahnbau geredet der ja ach so toll war für die Kolonisierten nein haben wir nicht und werden wir auch nicht tun wie diese Rezension erstens wie diese Rezension im Verein für Hamburgische Geschichte abgedruckt werden konnte verstehe ich nicht warum der Verein für Hamburgische Geschichte in vier Wochen nicht geschafft hat die Frage zu beantworten wie konntet ihr abdrucken wir haben online Kollege Totsi dem Zitate in den Mund gelegt wurden um ihn zu verreißen und zu durchfamieren die er nie getan hat und ich haben Gegendarstellungen geschrieben auf unserer Webseite meine Gegendarstellung wird nicht auf die Webseite des Vereins für Hamburgische Geschichte gesetzt es wird nicht irgendwie darüber uns geantwortet das verstehe ich jetzt eigentlich auch nicht außer würde ich sagen dass Teile des Vereins für Hamburgische Geschichte offenbar hinter dieser Rezension und hinter dem ihr habt zu wenig die positiven Seiten des Kolonialismus herausgearbeitet stehen ja dann ist es so die AfD mag uns auch nicht ist halt so Ja vielen Dank hört man mich ja also das war doch schon mal ein kräftiges Schlusswort weil wir auch gehört haben nach dem Motto wir haben Streit in dieser Stadt und wir brauchen diesen Streit auch weil wir ja auch feststellen an dem heutigen Abend es gibt etliches noch zu tun wir haben ja festgestellt wie viel freie Stellen noch da sind die alle zu behandeln sind sowohl inhaltlich wie im Zusammenhang mit dem was in den Schulen zu machen ist wie besonders die Sache Situation nochmal Herr Wörmann da wird ja auch ein Buch in Bälde erscheinen die vielleicht eine gute Möglichkeit ist das nochmal hier genauer zu besprechen die Frage der Sklaven im Zusammenhang mit Altona auch sicherlich ein unheimlich spannendes Thema wie eben auch viele andere Punkte die jetzt hier noch benannt worden ist alleine die Situation in Wandsbek wo seit Jahren wollen wir sagen wichtige Institutionen da sind was ja auch unser Titelbild für diese Veranstaltung gewesen ist um einfach darzustellen die Geschichte auch des Kolonialismus gerade in dieser Stelle bei den Askar-Reliefs finde ich immer noch eine Schande dass das gegenwärtig nicht richtig gezeigt wird das heißt es ist noch viel zu tun ich kann euch beruhigen dahingehend wir werden etliches machen wir brauchen aber natürlich auch noch eine aktive Unterstützung davon von vielen die dazu da sind dafür haben wir Listen ausgelegt von diejenigen die sich gerne aktiv beteiligen wollen die liegen sowohl hier dort wie auch da hinten bei den Stellen wo die Bücher noch verkauft werden und ich möchte mich bedanken besonders beim Publikum wo es möglich war was ich selten erlebt habe eine solch disziplinierte Fragerunde die dann auch noch gut beantwortet worden ist eine so intensive und kurze Zeit von Mina vor allen Dingen uns dargestellt und Professor Zimmerer dem wir sagen wollen wir freuen uns dass es ihn in Hamburg gibt auch wenn er kein Hamburger ist und wir freuen uns dafür seine Aktivitäten die er hier macht weil diese Stadt das dringend braucht von daher da wir jetzt eben auch zum Schluss kommen wünsche ich euch einen schönen Abend noch wir versprechen euch an dieser Sache weiter zu arbeiten und weiterhin zu machen wir machen es gern und tschüss dschüss